Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Kochvideo auf meinem Kanal. Heute gibt es gefüllte Aubergine und dafür benötigen wir Pilze, Mozzarella, Schnittlauch, Petersil und Ingwer. Ebenso benötigen wir Tomaten, Sojasauce, Pfeffer und Salz. So wie eine Aubergine, Paprika und Zucchini. Das Ganze schneiden wir alles klein. Tomaten kochen wir in heißem Wasser und schrecken sie anschließend ab. Zum Schluss mischen wir das Ganze mit Tomatenmark und befüllen die Aubergine damit und geben es in den Ofen. So einfach und schnell ist das Ganze zu machen. Nun möchte ich euch noch kurz darauf hinweisen, falls ihr mehr Kochvideos wollt, schaut auf meinen Nebenkanal Lux Food Factory vorbei. Da sind mehrere Kochvideos. Nun bleibt mir nur noch zu sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst den Daumen nach oben hier, abonniert mich da oben. Damit bin ich raus. Ciao. Gut, ciao.